In diesem Video geht es ums Putten trainieren. Ich gebe dir Tipps für zu Hause, um Putten zu lernen. Also bleib dran, wir starten jetzt. Dieses Video ist gesponsert von Southwest Greens. Southwest Greens ist Experte für Kunstrasen. Und sie bauen unter anderem private Puttingrüns, Kurzspielanlagen und mehr für zu Hause. Außerdem haben sie mir diese Puttingmatte von WellPutt zur Verfügung gestellt, die ich sehr empfehlen kann. Und hier unten in der Beschreibung findest du einen Link, wo du diese Matten bestellen kannst mit einem Rabattcode. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei diesem Video. So, herzlich willkommen in meinem Wohnzimmer auf der WellPutt Puttingmatte. Ich habe einige gute Tipps für dich vorbereitet und ich hoffe, du bleibst wirklich bis zum Schluss dran, weil nur dann kannst du dann wirklich, wirklich gut Putten trainieren. Beginnen wir mit einem der häufigsten Fehler, den Amateurgolfer machen. Und zwar, ich möchte dir den Unterschied erklären zwischen Ausrichtung und Zielen. Und zwar ist es so, wenn ich mit Hobbygolfern am Puttingrün häufig bin, dann sehe ich, dass diese versuchen, nicht mit dem Putterkopf zu zielen, sondern mit der Körperausrichtung. Das heißt, sie stellen sich vor, dass der Körper zum Loch zeigt. Das heißt, sie stehen meistens rechts am Loch vorbei und richten sich dann auch mit der Schlagfläche parallel zum Körper aus und dann zeigt der Putterkopf meistens nach rechts. Und dann müssen sie beginnen, irgendwelche Ausgleichsbewegungen nach links zu machen, um den Ball wieder zurück zum Loch zu bringen. Und du kannst dir vorstellen, dass das etwas ist, was nicht konstant sein kann. Wenn Profigolfer sich zum Ball stellen, haben sie ein richtiges Ritual. Und zwar legen sie einen großen Wert darauf, wohin die Schlagfläche zeigt. In dem Fall bei einem geraden Part ziele ich jetzt mit dem Loch. Du siehst hier so einen kleinen weißen Kreis. Das ist jetzt mein Loch hier. Und die Profigolfer werden jetzt versuchen, zuerst die Schlagfläche auszurichten. Das heißt, du kannst sehen, dass sie gar nicht mit dem Körper ausgerichtet sind und nicht einmal den Schläger halten. Sie richten zuerst die Schlagfläche aus, dann greifen sie und dann stellen sie sich erst dazu. Im Vergleich Amateurgolfer richten sich zuerst häufig aus, nehmen dann den Partner in die Hand und richten sich dann quasi im rechten Winkel zum Körper aus und zielen meistens rechts vorbei. Das heißt, ich möchte jetzt im Wintertraining, dass du Folgendes machst. Du hast hier auf dieser Matte ein paar Sektionen. In dem Fall habe ich so ein schwarzes Feld und ein grünes Feld. Und der schwarze Strich hier ist ja quasi im rechten Winkel zur Ballziellinie. Und da kann man jetzt hier wunderschön den Putterkopf zuerst ausrichten entlang der schwarzen Linie. Dann kann man mit den Augen verfolgen, ob das dann auch so ausschaut, als ob man mit dem Loch zielt. Dann nimmst du den Griff ein und dann stehst du dich erst zum Ball dazu. Und dann möchte ich, dass du puttest. Und du wirst sehen, dass du so eine wesentlich größere Chance hast, Putz einzulachen. Einmal noch. Ich richte die Schlagfläche zum Ziel aus. Jetzt greife ich und jetzt erstelle ich mich zum Ball, verfolge mit meinen Augen die gedachte Linie zum Loch und jetzt batte ich. Wieder eingelogt. Sprechen wir über einen weiteren Punkt, den Amateurgolfer und Profigolfer komplett anders machen. Und zwar sieht man bei den Hobbygolfern bei den kurzen Putz, dass sie meistens sehr weit ausholen und dann sehr langsam durchschwingen. Im Gegensatz, die Profigolfer spielen die kurzen Putz etwas knackiger, etwas aggressiver. Da sieht man einen etwas kürzeren Aufschwung und ein wenig schnelleres Tempo. Und das ist etwas, was einen massiven Unterschied bei deinen kurzen Putz machen kann. Das Lustige ist jedoch, wenn dann die Hobbygolfer zu den längeren Putz kommen, vier, fünf, sechs, sieben Meter und so weiter, dann haben sie meistens einen sehr kurzen Rückschwung und eine sehr schnelle Beschleunigungsrate durch den Ball. Also eigentlich viel zu schnell. Und hier ist das Interessante, dass die Profigolfer eher tendenziell weiter ausholen und langsamer sind im Verhältnis zu den Amateurgolfern. Das heißt, die Strategie ist genau andersrum. Das heißt, versuch bitte deine kurzen Parts etwas schneller und knackiger zu spielen und achte darauf, dass du nicht zu langsam wirst, weil sonst beginnst du mit der Schlagfläche zu manipulieren und bekommst große Probleme. So, ich zeige dir das jetzt in diese Richtung, weil die Puttikmatte steht jetzt ein bisschen anders. Ich zeige dir jetzt, wie ein Profigolfer einen 1-Meter-Patt circa spielen würde. Du hast hier übrigens bei dieser Matte von Well Putt auch so kleine Striche, die dir ungefähr ein Gefühl geben, wie weit du ausholen sollst und wie weit du durchschwingen sollst. und das mache ich hier gerade mal. Perfekt. Bei den langen Parts, wie gesagt, ist es andersrum. Die meisten Hobbygolfer werden zu schnell und da ist etwas, was mir dann immer auffällt, dass dann immer versucht wird, kurz auszuholen und sehr weit nachzufahren. Wie wenn man versuchen würde, den Ball so nachzulenken irgendwie. Profigolfer haben hier eine andere Strategie und zwar, wenn du dir das jetzt vorstellst, das Verhältnis zwischen Ausholbewegung und Durchschwungbewegung, ist das ja unterschiedlich natürlich vom Spieler zu Spieler, aber man kann glaube ich schon sagen, dass es meistens ein 50-50-Verhältnis ist. Manche haben ein bisschen weiteren Ausholbewegungen, ein bisschen kürzer durch, andere sind ein bisschen kürzer und ein bisschen länger, aber die meisten Profigolfer auf der Tour haben circa, wie gesagt, ein 50-50-Verhältnis und wenn du eben auch so trainierst, dass du sagst, okay, ich hole gleich weit aus wie durch, dann bekommst du hier ein Gefühl, wie das Verhältnis sein soll und du wirst auf keinen Fall das hier machen, also hier und lang nachfahren. Das würde ich sagen, ist das größte Problem von Hobbygolfern, warum sie Probleme haben bei der Geschwindigkeitskontrolle bei langem Patz und wie gesagt, probiere bitte ruhig auch auf der Pattingmatte, die gibt es übrigens bis zu 8 Meter, dass du mal versuchst, gleich weit auszuholen wie durchzuschwingen und wieder eingeloggt. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar die Rollqualität des Balles ist sehr entscheidend für die Distanzkontrolle. Jetzt haben wir gesprochen über dieses Aushol-Durchschwung-Verhältnis, das ungefähr 50-50 sein soll. Jetzt ist auch noch wichtig, dass der Ball sauber getroffen wird und nicht zu viel Rückwärtsdrahl entwickelt. Rückwärtsdrahl oder anders genannt Backspin ist der Feind beim Button, weil das Problem ist, wenn der Ball vom Schlägerblatt weggeht, dann fliegt er ja ein klein wenig, auch wenn man das nicht wirklich sieht, aber er ist tatsächlich ein bisschen in der Luft. Und wenn der eine Rotation jetzt hat, kommt er auf und bremst sich komplett ein und meistens verspringt er auch noch. Und das ist etwas, was die Profigolfer versuchen, tunlichst zu vermeiden. Das heißt, Sie versuchen den Ball mit Topspin oder zumindest ohne einen Backspin zu schlagen. Wie bekomme ich das? Das bekomme ich, indem ich den Ball erstens einmal mehr in der Aufwärtsbewegung treffe. Das heißt, genauso wie beim Treiber, die Idee, du wirst den Ball mehr von unten nach oben schlagen. Wie bekomme ich das? Das bekomme ich ganz einfach, indem ich die Ballposition ein wenig links der Mitte habe hier. Das heißt, der Ball ist im Prinzip genau gegenüber von meinem Logo hier, von meinem Shirt. Und wenn ich jetzt hier patte, habe ich ja normalerweise genau in der Mitte der Füße hier den tiefsten Punkt des Schwungs und jetzt eben ein bisschen links davon ist der Patte schon in der Aufwärtsbewegung. Das heißt, es reicht schon alleine, die Idee zu haben, dass ich den Ball ein wenig links der Mitte habe im Setup. Bitte nicht zu weit links. Wenn das jetzt links gegenüber von der großen Zehe ist zum Beispiel, ist es schon zu weit links. Da wirst du schon eher Probleme bekommen, dass der Ball dann meistens schon nach links verzogen wird oder dass die Schwungbahn auch schon zu weit nach links ist. Aber wie gesagt, ein bisschen links der Mitte ist optimal. Und so hast du es eigentlich schon geschafft, dass der Patte leicht den Ball in der Aufwärtsbewegung trifft. Das nächste, was du brauchst, um keinen Backspin zu erzeugen, ist, dass der Loft des Putters ein wenig reduziert gehört. Normalerweise haben die Putter ja auch einen Loft, das heißt, die sind nicht ganz gerade, sondern die sind auch ein bisschen nach hinaufgewölbt hier so. Und meistens beträgt der Loft so drei, vier Grad ist so ein Industriestandard. Das ist deswegen so, weil es Grüns gibt, die einen etwas höheren Abflugwinkel brauchen, wie zum Beispiel bei Muttergrüns. Aber es ist auch so, dass der Ball bei gewissen Grüns ein bisschen tiefer liegt, also in seinem eigenen Loch drin rastet. Und dann braucht er ein bisschen Loft, dass er da hinauskommt. Aber wenn die Grüns sehr gut sind, sage ich jetzt einmal so, dann gibt es eigentlich keinen Grund, warum man da jetzt wahnsinnig viel Loft auf den Ball bringen soll, weil dieser eben dann Rückwärtsdrahl erzeugt. Das heißt, was die Besten der Welt tun, ist, dass sie den Partner nicht in der Mitte halten, sondern ein wenig nach links. Das heißt, du kannst sehen, dass der linke Arm und der Schläger fast eine Linie bilden, sage ich jetzt einmal. Es schaut jetzt nicht so aus, dass der rechte Arm eine Linie bildet, sondern fast der linke. Ein bisschen übertrieben, habe ich es jetzt gesagt, aber du willst auf alle Fälle ein klein wenig nach links gehen und dann bekommst du, wenn der Ball weiter links ist, bereits einen leichten Topspin oder zumindest keinen Backspin. Und dann wirst du merken, dass der Ball ganz anders rollt. Du brauchst wesentlich weniger Energie für dieselbe Distanz und kannst wesentlich kontrollierter putten. Und jetzt gebe ich dir eine Übung. Und zwar, ich möchte, dass du jetzt ganz bewusst mal Putts machst, wo du den Ball genau in die Mitte des Standes legst und jetzt sogar den Schaft ein wenig nach rechts neigst. Das heißt, du provozierst jetzt ein bisschen einen Loft und jetzt versuchst du mal Putts zu machen auf deiner Matte. Ich zeige das mal kurz hier vor. Also Ball in der Mitte, dann ein bisschen Loft dazu und spatt einmal und achte drauf, wie der Ball wegrollt. Und das wirst du jetzt nicht gesehen haben, aber ich habe richtig gesehen, der ist so ein bisschen weggesprungen. War für mich kein gutes Gefühl. Und jetzt machst du bitte genau das andere. Du legst den Ball ein bisschen links der Mitte und gibst den Schaft ein bisschen nach links, damit wird der Loft weniger und machst einen ganz normalen Putt und beobachtest, wie sich der Putt anfühlt. Da empfiehlt es sich sicher, dass du mal so aus eher 3, 4 Meter Putts, wenn du eine lange Matte hast, kann das auch aus einer längeren Distanz natürlich sein, dass du wirklich ein Gefühl dafür bekommst. So, ich mache das ganz kurz hier. Ja, und ich habe richtig das Gefühl auch, dass er richtig mit Topspin weggeht. Ob es jetzt wirklich Topspin war, kann ich jetzt natürlich nicht sagen, aber ich habe ein sehr gutes Gefühl gehabt für den Roll und ich möchte, dass du ein bisschen da herumspielst. Da gibt es sicherlich eine Position, wo du merkst, aha, das ist das, was sich wirklich gut anfühlt, was ich reproduzieren kann und das probierst du bitte dann auch. Du hast jetzt einen Gusto bekommen für mehr Übungen für zu Hause. Da kann ich dir helfen. Und zwar hier oben habe ich eine Playlist zusammengestellt mit Übungen, die du zu Hause machen kannst. Und ich hoffe, dich gleich drüben bei einem von diesen Videos zu sehen. Tschüss.